Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft bei einer weiteren Folge mit mir und der wunderschönen Melodie während wir die Mauer weiterführen, weiterbauen für die kleine Dorfstadt, die ich dann mit euch errichten werde. So, dann, äh, was ist das, der ist hier falsch, so, dann werden wir mal, uah, so, das ist hier noch ein bisschen höherer, eventuell. Hm, nicht wirklich. So, und zack, zack. Ähm, doch. Okay, ja, toll, wow. Du bist so gut im Bauen, dafür fehlen mir die Worte. Okay, weiterbauen, ja. Und wieder ein Fehlbau. Okay. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Okay, hier muss ich, glaube ich, ein bisschen höher gehen. Okay, hier muss ich, glaube ich, auch noch ein Stückchen höher gehen, um das anzupassen. Äh, so, 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 und so. Bam, bam. Noch haben wir Steine. Noch haben wir Steine. Noch haben wir Steine. Noch haben wir Steine. Also alles noch gut. So, und dann, äh, ja, muss ich wohl einen höher gehen. So. 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 Hm, 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 hm. Okay, die Steine werden wohl nicht mehr reichen. Nicht wirklich. So, äh, zack. Na, ich guck mal, wie weit ich komme mit diesen Bruchsteinen. Okay, dann muss ich wohl oder übel noch mehr Steine sammeln. Knister, knister. So. Äh, Steine reichen nicht. Schade. Äh. Ja, reicht nicht mehr. Gut, dann gehe ich noch mal zurück, um diese Steine, die ich verbaut habe, also falsch hingebaut habe, muss ich wieder wegnehmen. Ähm, hier müsste ich mal, wohl auch nicht, lasse ich so. Hier ist ein Stein. Und, ne, hier nicht. Oh, wird langsam dunkel. Und hier. Okay. Schwer abends. Schlafen, Zeit. Ratsch, ratsch. Das heißt, ich muss wieder Steine sammeln, mit den Rest da hinten. Muss ja um, äh, um, äh, um, na, umzäunt werden, mit Mauern. Und Aussichtsplatzbogen, also, ja, wird interessant, ja, gar kein Problem. Noch ein bisschen Steine klöppeln. Ich finde, das gehört hier im Let's Play dazu, ein bisschen Steine klöppeln, gar kein Problem. Wie gesagt, 20 Minuten Standard, alles da drüber ist Luxus, den ich mir momentan überhaupt nicht hier leisten kann. Steine. Hmm, er speichert wieder. Speichern, 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 speichern. Okay, wie viel haben wir da drin? Okay, das ist schon mehr als ein Stack. Das reicht trotzdem noch nicht. Also, baue ich noch ein bisschen mehr ab. Da googelt schon wieder ein Zombie durch die Hingens. Äh, habe ich keine... Ich habe nichts mehr in der Tasche bekommen. Ein bisschen gemein, ne? Okay, ich hoffe, das reicht. Und jetzt noch ein bisschen rumscheren. Und zwar ein paar Ranken holen. Yeah. Ranken, Ranken, Ranken. Okay. Okay. Musik So, dann eilen wir mal zurück. Die Schere ist kaputt. Musik Raschel, raschel. Raschel, raschel. Ich die Tür bauen werde, keine Ahnung. Mal erstmal hier abschliessen. Musik 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 Das hier brauche ich nicht, das kann ich so lassen Gut Da fehlt noch eine Kleinigkeit Lass ich mal lieber So Okay Das haben wir Und jetzt müssen wir eigentlich das hier noch Schließen Da wird ja nichts spawnen, oder? Äh, wenn ihr das mal ein paar Fackeln Und dann schmeißt du ein paar Fackeln rein So Is das Das ist laut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So. so die burg ist so gut wie abgeschlossen was habe ich dann noch mal in die kiste ich muss noch mal noch ein bisschen steine klöppeln dann können wir es richtig abschließen ich auch mal steine an der hand und wenn ich sonne jetzt so es wird schon wieder dunkel aber vorher würde ich es fertig haben tschuldigung so so zu und zu und zu hä was sucht das denn her okay wir haben alles zu das ist gut das ist richtig richtig so 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 wenn du noch geschehen ist abonniert meinen kanal aktiviert die glocke um keine weiteren folgen mehr von micro of bad rock version mehr zu verpassen ich bedanke mich bis hierhin fürs zuschauen fürs dabei sein und wir sehen uns dann morgen in der nächsten folge ciao mit schwert b Bis zum nächsten Mal.